Guten Tag und herzlich willkommen am 22. Tage auf dem Weg eines Noobs. Wir spielen Team Deathmatch mit nur 100 Tickets und ich habe gerade hier schon mal so ein bisschen rumgeballert und ich muss sagen, ja, genau das wollte ich gerade sagen. Ich bin einfach gemütlich. Heute ist Freitag. Außerdem habe ich irgendwie plötzlich ist meine Konfiguration der Waffe wieder verloren gegangen. Das ist doch immer wieder ein Traum. Vorhin habe ich noch mit ganz anderen Konfigurationen gespielt. Naja. Au, au, Mann. Wie kann man aus der Entfernung so gut treffen? Panner. Hier liegt ja jemand. Ah, das ist ja hochinteressant. Hallo? Also vorhin lief es da ja sogar noch besser. Au. Ey. Oh, Mann. Ich brauche dringend einen anderen Aussatz. Geht ja mal gar nicht. Ist das überhaupt die richtige Waffe, sag ich mal? Also irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwatt stimmt hier nicht, sag ich euch. Die war es ja. Wieso hat er einfach meine Wacke gewechselt? Okay, Jungs. Wir sind vorn. Und da wollen wir auch bleiben. Wir sind vorne. Oh. Ich habe dich gesehen. Wo ist denn der? Da oben lag der doch irgendwo. Ah. Wie kann denn der? Der schießt wieder schön durchs Gemäuer. Ich meine, der letzte Schuss, der war schon ganz sauber. Aber die ersten Schüsse. Der ist doch wohl nicht ganz sauber. Hallo? Ich muss wieder ein bisschen mehr einen auf, äh, Stealth machen. Ja, das habe ich nämlich vorhin ganz gut gemacht. Und da habe ich zwar auch aufs Maul bekommen, aber nicht ganz so schlimm wie jetzt gerade. Hallo? Au. Hör auf zu blenden. Du Penner. Ja, da vorne sieht man auch den Fresh Friends rumhüppeln. Ach, Mann. Alter, ist das schlecht, was ich hier gerade mache. Da überbiete ich mich ja jetzt gerade mal selbst. Genau. Immer schön daneben schießen. Wenigstens eine Hilfe beim Kill bekommen. Und wenigstens mal vernünftig markiert. Boah. Hallo? Wo ist er hin? Oh. Nein. Das gibt's doch nicht. Wo ist er hin? Penner. Hilfe bei Kill 96. Super. Ja. Mein Freund. Oh. Oh, da übertreibt jemand. Ist er schon tot? Uh. Ha. Au. Au. Oh. Dreck. Sau. Hallo? Keiner da? Nein. Wie sieht's hier aus? Auch keiner da? Und hier? Oh. Ich höre Schüsse. Vereinzelt. In der Ferne. In der Ferne. So. Sieht sogar einigermaßen gut aus, diese Runde. schon mal vorsorgen hier. Huh. Nein. Leck dich. Leck dich. da so ab. Das geht ja mal gar nicht. Nein. Wieso? Was ist denn? Also. Ich. Ich möchte weinen wie ein kleines Mädchen. Wo ist er? Boah. Hier ist das Mädchen. Ja. Danke. Aber eine schöne Drehung hast du gemacht. Beim draufgehen. Hallo? Hallo? Oh. Ai, 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 ai. Na, wo sei ich da? Nein. Nein. Verdammt. Tja. Noch mal so. Nicht so die mega geile Bilanz. Also eigentlich sogar mega schlecht. Nimm das Medi-Kit. Nimm das Medi-Kit. Von zwei Seiten. Ey, das gibt's doch nicht. Ich hasse es. So ein bisschen mehr auf die Mini-Map achten, aber irgendwie bin ich da überfordert. Hallo? Du bist ja gar keiner von uns, Mensch. Na? Scheiß, hier komme ich nicht durch. Ach so, nee. Ich habe ja jetzt hier schon wieder vollkommen falsch geguckt. Deswegen war ich jetzt gerade so ruhig. Ich musste gerade mal ein bisschen nachdenken, wieso denn wir jetzt gerade hier irgendwie doch wieder verlieren. Aber, ähm... Jetzt nur noch fünf, Jungs. Nur noch fünf. Kommt schon. Ach, nee. Wir sind... Oh, ich komme komplett durch. Ich bin durch. Ah! Ihr habt dich gesehen. Wieso treffe ich den denn nicht? Den Penner. Und wieso trefft der mich? Drecksau. Zack! Ratzfatz, schnüppel die Wapp. Mein Team hat gewonnen. Das ist doch mal ein absoluter Megatraum. Und ich hatte ja eigentlich gesagt, ich würde ein langes Match jetzt machen. Stimmt aber gar nicht. Ich habe jetzt ein komisches, kurzes, ein kurzes Match gemacht. Äh, morgen mache ich aber dafür ein langes. Morgen gibt es dann den ersten Teil eines 450 oder 1000 Ticket-Servers. Mal gucken. Ich denke mal eher 450, weil es ist halt scheiße, wenn man auf einem 1000 Ticket-Server so anderthalb Stunden spielt und dann fliegt man raus und dann sind alle Punkte verloren. Äh, würde zwar auch nicht weniger Spaß für euch machen, aber wäre ärgerlich für mich. Äh, also mal gucken. Einfach mal überraschen lassen. Auf jeden Fall gibt es jetzt demnächst dann einen Mehrteiler. Bis morgen sage ich Tschüss!